ARD Text im Auftrag von Funk Resurrection DLC rein nur der Buskampf sein wird. I wanted blood. The demon would feel my wrath this night, would feel the bitter taste of defeat at my hand, and I would crush his soul to dust beneath my feet. The terrible path of my destiny was now laid before me, and with absolute clarity of mind, I walked that path paved with the corpses of my enemies and friends alike with relish. Untertitelung des ZDF, 2020 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 mache, wo die Kamera kacke ist, ja? Wo es dann auch noch auf Zeit geht. Das... So was leuchtet mich einfach nicht ein. Genauso bei vielen anderen Spielen, wo sie dann alles, was sie hatten, gegen den Spieler werfen, ja? Auf eine frustrierende Weise, wo man sich dann denkt, ey, das hat dann nichts mit... mit Herausforderungen zu tun, sondern nur mit Frustration für den Spieler. Ich glaube nicht, dass er tot ist. Warum entdeckt der mich jetzt nicht? Das ist genauso wie Quick-Time-Events. Das ist genau derselbe. Nein, Pokéhontas. Ich muss nicht auf den warten, dass ich die ganzen Dinge da wegmache. Das ist auch, warum ich Dark Souls so gern mag, weil... Dark Souls ist ein Spiel. Und Spiele müssen endlich aufhören wie Filme zu sein. Spiele müssen so sein wie Spiele, und Filme müssen so sein wie Filme. Ganz einfach. Und solange sie das nicht kapieren, dann können wir noch so in die Generation voranschreiten, wenn wir das alte, dumme Hollywood-Gameplay haben. So werden Spiele nie besser. So werden Spiele nie besser. Abonnieren. Ah! Ah, ja! Ah! 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 Was ist das, ein Mensch hier? Wer bist du? Ich bin dein Destroyer, Demon. Du, Pathetik, Mortal. Nichts kann ich meine Macht übernehmen. Das Outfit. Du bist ein Warrior der Brotherhood. Aber etwas über dich ist anders. Ihr soul ist...unusual. Mark my words, when I am through with you, you will beg for your miserable life! Is that so? You think you could defeat me, now that part of my power is destroying the seal? Hear me, Warrior. My power is unlimited. I will strip the living flesh from your body and devour your soul. Enough talk! How about you? Oh mein Gott! Der Deckmalie muss aufs Knie schlagen, oder? Ja, komm! Ganz das geht hier! Hui! Au! Au! Okay, ich muss erst mal rausfinden, was der alles kann, der gute Mann. Okay, guck, der Mann ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Der Demon. Ah, der drückt mich ja von allen Seiten weg. Ey, wie soll ich in die Mars weichen? Ah, so wahrscheinlich. Wow! Der hat ja auch eine Peitsche. Aber meine ist länger. Hau. Okay, der wird ein ganzes Stück Arbeit, ich merke schon. Wow! 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 Muss ich damit irgendwas machen? Der generiert sich wieder. Ich weiß nicht, wie ich so in den Angriffen ausweichen soll. Ich hätte irgendwas mit den Kugeln machen müssen, habe ich so das Gefühl. Die Frage ist, na was? Muss ich die zurückschleidern? Ja, die Feuerkugel mit einem Sekunden Block ab, um sie auf den Vergessenen zurückschleidern. Ah. Hä? Shit. Ich will nichts sagen, aber das wird nichts. Das mit der Druckwelle ist so dermaßen blöd bei dem Kern. Ich nehme Schaden durch die Druckwelle. Nein, du hattest springen sollen, Gabriel. Danke. Ah, ist das ein nerviger Boss. Ich habe auch keine Lichtmagie, dass ich mich wieder heilen könnte oder sowas. Nee, haben wir nicht. Gibt es nicht. Hä? Sobald du siehst, dass er diesen... Ja, danke. Dass er diesen blöden Angriff macht, diese Stampfattacke, ist jetzt eh schon zu spät, dass du wegkommst, da. Ach, Leute. So schnell kannst du gar nicht reagieren. Dann hat es doch noch so einen großen Radius, wisst ihr das? Ja, und gleich nochmal. Hallo? Wie wäre es mit Fairness? Ja. Was war das? Jetzt musst du kacken, oder was? War das jetzt gegolten, oder nicht? Au. Mein Gott, und dann springst du wieder genau in diesen scheiß Angriff rein. Du weißt ja immer nie, was er macht. Das ist reine Glückssache. Ja, ich soll die Feuerkugeln zurückschleiden. Das weiß ich. Danke. Fuck you. Bitch. Damn it, is it kicked at me, Vince? Oh Gott. Wie soll ich das machen ohne Lebensenergie? Erzähl mir das mal einer. Die Druckquelle erwischt dich in der Luft auch. Das ist so lächerlich. Oh, gleich die nächste. Jetzt bin ich gleich tot und jetzt der Boss kann wie schon gelaufen. Oh Gott. Wir alle so trüppeln machen bei dem Spiel, das ist so nervig. Ich hoffe, der Bosskampf hat einen Checkpoint, sonst bekomme ich einen Ratter. Ich verstehe dich, du bist ein Ratter. Ich verstehe dich, Rival. Aber du musst wissen, dass du nicht hierherst. Ich werde mich nicht überraschend von deinen Eidl-Bosten. Ich glaube, sie werden die letzte Sache, die du immer hörst. Es wäre leichter zu enden sich jetzt, Warrior, mit deinem Hand. Du wirst du das, ich versuche. Du wirst nie finden, in Light, no Darkness. Ich hoffe, dass ihr so groß konzipiert habt, haben wir aber ganz schön viel Schaden zugefügt eigentlich. Das Knie kaputt, Brust kaputt. Liebe Leute, wie es weitergeht bei Castlevania Lords of Shadow Resurrection, das erfahren wir in der nächsten, wahrscheinlich letzten Folge des DLCs. Ich hoffe, es war wieder mit dabei und ich sage mir immer, stay tuned and so long.